Hallo, ich bin Herr von Bredow. Ich komme aus Deutschland und mein größter Wunsch zu Weihnachten ist ein gesundes Jahr 2012 und viele glückliche Kinder. Ich möchte zu Weihnachten eine Reise mit meiner Familie. Ich wünsche mir, dass da ein Weg zu teleporten zwischen Deutschland und Austria ohne zu fliegen. Es dauert fünf Sekunden, um von Amerika zu Europa zu kommen. Der größte Wunsch für Weihnachten ist, dass es nicht schneit. Dass es schneit. Weihnachten mit Schnee. Ich wünsche mir wirklich einen iPod. Mein Name ist Sophia Agro und ich würde ein iPad für Weihnachten möchten. Wahrscheinlich um ein Laptop zu bekommen. Ich wünsche mir zu Weihnachten ein Tablet PC. Mein Name ist Sebastian und ich komme aus den USA, also Amerika. Eine Boxtasche und Boxhandschuhe. Was finde ich? Ich wünsche mehr Geure copy. Ich wünsche länger Recess. Mehr Break. Wäre das Wunsch zu sein. Ich wünsche mir ein durchausquieres Actress. Ich wünsche mir, was ich gerade ein Bestes Filme. Das ist mein Wiss zu machen, dann in Broadway oder so. Und ich wünsche mir, dass das ganze Welt immer wieder in Liebe und dass jeder, da keiner, um, dass jeder, um, muss v floaten. Und dass alles wird das gleiche sein. Ich möchte Santa und Santa. Monster High. No school. My family stays healthy and that everyone is happy. My wish for Christmas is that I can celebrate with my family. Everybody in my family is going to be healthy and happy. My biggest wish for Christmas is a billion dollars. Mein größter Wünsch für Weihnachten wäre neun Trillionen Dollar. It's a whole country with everything in there. The shops, everything. I don't really have a really big wish for Christmas. I really want a bunny. Bunny. I'm Emma Stewart and I want to have a cat for Christmas. My name is Mark Uran. I came from Germany, from anywhere in the world. And my wish is that Miss Minami stays my teacher for the rest of my life. And my biggest wish for Christmas is to have more time. A Rapunzel. Hello, I'm Dominic and I would like to have a football for Christmas. Yeah, there are too many wishes. I don't have a biggest wish for Christmas because happiness isn't always about getting what you want. It's about loving what you have. Let's see. Um, okay, okay, okay. Some snow stuff to play in. Um, another hat. Um, a sled. And my brother to come home for Christmas. Father, He wants to be safe. Come home for Christmas. Come home for Christmas, another hat. Um, a jeep. Come home for Christmas. Our people are now here. Untertitelung des ZDF, 2020